Ich wünsche mir, dass die Idee eines Sozialstaats, der sich wirklich kümmert, wächst. Wie die Blume hier. Ein Sozialstaat, der dafür sorgt, dass es ein Recht auf Arbeit gibt, dass Arbeitslosigkeit verhindert wird und Leute im Arbeitsleben unterstützt werden. Sozialstaat als Partner. Sozialstaat, der Leute die Unterstützung gibt, die sie brauchen. Auf und bürokratisch. Das wünsche ich mir für die Zukunftsdebatte der SPD.